Für alle ambitionierten Medizin-Enthusiasten unter euch steht morgen der TMS an. Und deswegen gibt es heute von den Med-Gurus und mir die besten Tipps zur Vorbereitung auf den Testtag. Willkommen zurück Abitur-Athleten, mein Name ist Leo Eckelo und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abitur-Prüfungen zu deinem Traumnotenstift kommst. Und heute geht es zum ersten Mal nicht konkret um das Abitur, sondern um das Medizinstudium, um den Medizinertest. Und der Medizinertest ist sozusagen ein Test, der prüft, ob du für ein Medizinstudium geeignet bist. Und das wisst ihr natürlich alle schon, weil es für euch ja morgen ansteht. Und deswegen starten wir einfach sofort rein in die Tipps. Einige von euch haben sich dieses Video zum TMS unbedingt gewünscht. Ich selbst habe diesen aber nie abgelegt, aber ich möchte natürlich trotzdem, dass ihr Antworten auf eure Fragen bekommt. Und deswegen habe ich gerade mit dem Lukas von den Med-Gurus telefoniert und er hat mir seine drei besten Tipps, die ihr jetzt noch auf die Schnelle anwenden könnt, damit ihr morgen im TMS am besten performt. Die erste wichtige Sache ist, dass du noch jede Aufgabe auf dem Aufgabenbogen nicht zur nächsten Aufgabe weitergehst, sondern sofort die Lösung, die du beim Aufgabenbogen herausbekommen hast, dann auch auf dem Antwortbogen ankreuz. Denn, was Lukas mir gesagt hat, was sehr oft, nicht sehr oft, aber unglücklicherweise einfach manchmal passieren kann, ist, dass man eine Frage nicht beantwortet, eine Aufgabe nicht lösen kann und dann aber beim nächsten Mal, wenn man wieder was ankreuzen möchte, dann in der Zeile verrutscht. Und wenn du dann mal verrutscht und dann machst du 15 Aufgaben, kreuzt du immer eine andere Sache an, als du eigentlich auf dem Aufgabenbogen rausbekommen hast. Das wäre natürlich komplette Katastrophe. Deswegen, immer wenn du eine Aufgabe beantwortet hast, geh sofort auf den Antwortbogen, mach dein Kreuz und wenn du mal eine Aufgabe auslässt oder ratest, rate sofort. Und wenn du es auslässt, dann geh zur nächsten Frage, zur nächsten Aufgabe und geh dann aber nach dieser Aufgabe, wenn du da deine Antwort rausbekommst, wieder sofort auf den Antwortbogen. Sei dir da noch bewusst, dass du die vorherige Aufgabe ausgelassen hast und kreuzt dann wieder eins drunter an, sodass du dann eben vermeidest, dass du wieder komplett verrutscht. Und dann kannst du auch wirklich, auch wenn du Aufgaben mal auslässt, immer die richtigen Antworten geben. Die zweite wichtige Sache, auf die Lukas mich angewiesen hat, ist die Ernährung und das Trinken. Zum einen solltest du dich bei der Ernährung darauf fokussieren, dass du wirklich Kohlenhydrate isst, nichts Zuckerhaltiges am Anfang, weil das sonst einfach mit deinem Blutspiegel nicht hinhaut. Und die Prüfung ist wirklich ein Marathon. Die Prüfung ist wirklich ein Marathon. Du brauchst wirklich die Energie. Deswegen achte da auf deine Ernährung. Nutz viele Kohlenhydrate, damit du wirklich konstant dich konzentrieren kannst und so deine Glykogenspeicher auch einfach nicht leer gehen. Und genauso gilt natürlich beim Trinken. Trinken ist wichtig. Klar, sonst kannst du dich nicht konzentrieren. Aber trink auch nicht vor Aufregung beispielsweise am Anfang gleich einen ganzen Liter oder so, dass du möglichst wenig aufs Klo rennen musst. Denn es gibt natürlich Unteraufgaben und Untertests, wo du vielleicht mal eher aufs Klo gehen kannst. Aber es gibt einfach Untertests, da musst du jede Sekunde nutzen. Und da hast du einfach nicht die Zeit, mal schnell aufs Klo zu rennen. Wenn du aber da, weil du davor so viel getrunken hast, mega den Druck hast, kannst du dich natürlich auch auf die Aufgaben nicht konzentrieren. Und deswegen versuch das Trinken in einem gesunden Rahmen zu halten, dass du an strategisch klugen Punkten aufs Klo gehen kannst. Und als dritten Punkt hat er mir für euch noch empfohlen, dass ihr jetzt ab dem Zeitpunkt, wo ihr am besten dieses Video seht, chillt. Es bringt niemanden mehr, wenn ihr euch jetzt noch verrückt macht. Es bringt niemanden mehr, wenn ihr euch jetzt noch mal irgendwas reinzieht. Ihr habt euch sowieso schon sehr, sehr gut vorbereitet. Ihr habt es jetzt einfach drauf und dann werdet ihr morgen auch gut performen. Wann ihr allerdings nicht morgen gut performen würdet, ist wenn ihr heute noch die ganze Zeit lernt, die ganze Zeit lernt, die ganze Zeit lernt. Weil wie gesagt, der Test morgen wird ein richtiger Marathon. Und da brauchst du einfach alle mentalen Ressourcen. Wenn dein Kopf aber vom Vortag noch ein bisschen angeschlagen ist, da noch ein bisschen was aufzuarbeiten hat und eben nicht frisch ist, dann kannst du nicht deine beste Leistung zeigen. Deswegen mach heute wirklich einen entspannten Tag. Kümmere dich auch unbedingt darum, dass dein Tag morgen gut durchgeplant ist, dass du auch morgen stressfrei in alles rein startest, weißt, welchen Raum du hast, weißt, wie du hinkommst, weißt, all diese Sachen und dann hast du auch den vollen Fokus darauf, die Aufgaben bestmöglich zu bearbeiten. Und abschließend möchte ich nochmal auf die extrem hohe Drucksituation im TMS eingehen. Den TMS könnt ihr eben nur ein einziges Mal machen. Ihr müsst so, so schnell teilweise arbeiten, dass ihr wirklich in eine Drucksituation kommt, die einfach in meinen Augen auch mit vielen Abiturprüfungen einfach nicht vergleichbar ist. Das bedeutet, es ist einfach nochmal ein wesentlich höheres Drucklevel und da ist es natürlich entscheidend, dass ihr damit richtig umgehen könnt. Und da will ich euch jetzt auch nochmal meine besten Tipps mit auf den Weg gehen. Was euch am Anfang schon mal richtig viel Druck nehmen kann, ist, dass ihr euch bewusst macht, dass ihr nach dem TMS, auch wenn dann eine einmalige Chance in Deutschland ist, dass ihr ihn dann trotzdem auch noch in Österreich machen könnt und dann beispielsweise in Österreich Medizin studiert. Es muss nicht sein, dass es euer Plan ist. Es kann auch sein, dass ihr sagt, ich habe keinen Bock auf Österreich. Vollkommen in Ordnung. Es geht nur darum, dass du im Kopf hast, okay, ich muss mir hier nicht den allerkrassesten Druck machen, weil es gibt auch noch andere Optionen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du das einfach im Hinterkopf behältst, weil es ein wenig dein Stresslevel reduzieren wird. Ansonsten kann es dein Resultat so stark zum Positiven verändern, wenn du es schaffst, den Druck nicht mehr als Feind, sondern als Freund zu sehen. Wenn du in so eine Prüfungssituation kommst, wenn der Druck vor allem wie im TMS so unfassbar hoch ist, kommst du in dein maximales Performance Level. Nur in solchen hohen Drucksituationen schaffen wir es, mit maximaler Konzentration und mit maximalen Fokus zu arbeiten. Natürlich, der Druck kann auch dafür sorgen, dass du dich nicht gescheit konzentrieren kannst, dass du vielleicht einen Blackout hast oder sonst irgendwas. Aber fokussier dich nicht auf diese Dinge. Wir müssen uns immer im Leben auf die Dinge fokussieren, die wir haben wollen. Deswegen, mach dir bewusst, dass der Druck dich pusht. Der Druck bringt dich dazu, dass du mit deiner gesamten Aufmerksamkeit auf diesem Papier bist und dass du eine absolute High-Performance zeigen wirst, weil dir dieser Test so extrem wichtig ist. Das ist ja der einzige Grund, warum ihr Druck verspürt, weil euch der Test so wichtig ist. Und wenn du das anerkennst und dir merkst, ja man, der Druck ist gut für mich, der Test ist verdammt wichtig und deswegen ist der Druck da mein bester Freund, weil er mich auf das Niveau pusht, das ich brauche, um mein bestes Ergebnis abzuliefern. Und als allerletzter Tipp auch noch, lasst euch nicht von anderen Leuten verunsichern. Überlegt euch ganz gut, mit wem ihr die Mittagspause verbringt. Überlegt euch ganz gut, neben wen ihr euch hinsetzt. Ich weiß noch nicht mal, ob ihr es aussuchen dürft, aber selbst wenn du es dir nicht aussuchen darfst und du neben dem krassesten Typ ever sitzt, ja schreib, 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 bleib auf deinem Blatt. Bleib auf deinem Blatt, kommuniziere am besten so wenig wie möglich mit anderen Leuten, bleib voll in deinem Fokus und wenn du das schaffst, dann funktioniert eben der Tipp von eben, dass der Druck dein Freund ist auch sehr, sehr gut. Denn was immer sehr, sehr schlecht ist, ist Druck von außen. Wenn du jedoch den Druck nutzt, voll bei dir bleibst und dich von diesem Druck einfach schieben lässt, im Prinzip pushen lässt, dann kann er wirklich dein Freund sein und dich richtig, richtig weit bringen. Deswegen bleib vollkommen bei dir, bleib auf deinem Blatt, bleib mental bei deiner Aufgabe und dann kannst du dich durch diesen wirklich großen Druck, der dann aber von innen herauskommt, dich so krass pushen lassen und so schlussendlich deine beste Leistung zeigen. Und dann wird es auch morgen richtig, richtig gut hinhauen. An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bei Lukas von den MadGurus bedanken. Checkt unbedingt den Channel mal ab, die haben richtig, richtig coole Videos. Da habt ihr die ganzen Details zum TMS in wirklich ganz knappen Videos, vier, fünf Minuten verpackt. Könnt ihr abchecken, empfehle ich euch absolut. Ich habe ihn mir auch vorhin selber reingezogen, um überhaupt mal zu verstehen, was ihr da morgen eigentlich machen müsst. Und ja, schreibt mir noch einen Kommentar, dass ihr von mir seid, dass ihr wissen, meine Community ist am Start. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für morgen. Wir beide sehen uns auch nach dem TMS im nächsten Video. Ich glaube an euch. Euer Leo. Euer Leo. Euer Leo.